Hallo, ich bin Marlene, ich mache Lehre zum Buch- und Medienwitschafter beim Thalia in Christkirchen und bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Also was mir besonders gefällt an unserem Alltag bei Thalia ist einfach, dass es so viele verschiedene Sachen zum Tag gibt. Es ist jeder Tag verschieden. Bei uns wird es wirklich nie fad und es ist auch so schön, wenn man Leute von alt bis jung beraten kann und man dann sieht, wenn man das Richtige überwischt hat, wie sie sich freuen. Eigenschaften, die man mitbringen sollt, man sollt einfach nicht schüchtern sein, gerne auf Leute zu gehen, gerne mit Leuten arbeiten und auch so in der Freizeit voll gern lesen und die Freude an andere Leute und Kunden weitergehen und auch kreativ sollt man sich. Hallo, ich bin die Laura, ich bin im dritten Lehrjahr und lerne beim Thalia Buch- und Medienwirtschafterin. Ich habe mich beim Thalia beworben, weil ich einfach schon immer sehr gern und sehr viel gelesen habe und dann habe ich mir einfach gedacht, ich mache mein Hobby zum Beruf. Zu meinen täglichen Tätigkeiten gehören unter anderem Ware verräumen, Bestseller waren es noch schlichten E-Reading und Kundenberatung und außerdem tue ich auch sehr viel dekorieren in der Arbeit. Willst du auch umgeben von Büchern arbeiten und deine Leidenschaft mit anderen teilen, dann bewirb dich jetzt! Musik Musik Musik